Garrys Bot ist jetzt nicht das stabilste Programm. Hm. Ich muss jetzt erstmal die Map erkunden. Nicht schießen. Pisi, du musst noch mal was treffen, ne? Was? Du musst noch mal was treffen. Ja, irgendwie, ich muss mich echt mal wieder dran gewöhnen. Bist du eigentlich wieder in Köln, oder? Ja. Sonst würde ich nicht spielen. Weil... Es hätte sein können, dass du umgezogen bist. Achso, ne, noch nicht. Übrigens bin ich jetzt Proof Innocent, weil ich dich jetzt schon längst weg hätte machen können. Achso, ich bin Detektiv. Gehst du ins Island dann als nächstes, oder? Äh, ne, ich würde tatsächlich in Köln bleiben. Ja, echt? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich finde das ganz angenehm. Oh, hallo, hallo. War das nicht grad n Dings? Ich bin erschossen, du Idiot. Wer hat wen erschossen? Wo, wo, wo? Irgendwer hat doch auf mich geschossen. Ne, kann man nicht. Oh, uninnocent, scheiße. War das nicht grad ein Silenced Crossbow? Hat sich grad so angehört wie ein Silenced Crossbow? Er hat die Taschenlampe an. Wer hat jetzt hier wen erschossen? Ah, ah, ah. Wo ist denn jetzt die Leiche? Ruft doch mal den Detektiv, damit er mal die Leiche konfirmen kann. Ja, ich weiß ja gar nicht wo die Leiche ist. Hä, jeder kann die Leiche konfirmen. Ja, aber der Detektiv ist ja besser dafür geeinigt. Was ist denn die Leiche? Alles, was der machen kann, ist... Na, der wird dann auf mich geschossen. Der wird dann auf mich geschossen. Der wird dann durch... Mama schießt auf mich. Was, 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 was? Wo? Der ist jetzt grad eben pro Körper. Das ist super. Ich hätte durchziehen müssen, ich habe es gewusst. Nein. Ich hätte durchziehen müssen. Nein, ich hab's gewusst. Also, nur so zum Dings. Äh, der Detektiv hat so DNA Scanner. Und mit dem, wenn man schnell genug bei der Leiche ist, kann man sehen, wer wen umgebracht hat. Aber das ist relativ, äh. Ah, okay. Muss das auch, was der schnell sein, aber. Was hab ich denn jetzt schon wieder für den Ofen? Was hab ich denn jetzt schon wieder für den Ofen? Egal. Wobei ich möchte gerne... Inno, okay. Was hab ich dir jetzt schon wieder aufgenommen? Hm? Ich will keine Schöpfen. Sugi ist es. Sugi kennt sich mit den Waffen nicht aus. Hey, irgendwer hat für unten, glaub ich, grad ein paar Granaten geworfen. Hi. Hallo, Leo. Achtung, ich muss das Flugzeug... Leo hat auf mich geschossen, habt ihr gesehen, oder? Ja, ich hab... Alter, okay, Lama ist es. Nein, ich bin's nicht. Ich habe gerade angekündigt, ich bleib hier stehen. Leo ist unschuldig. Oh fuck, das müssen wir jetzt jagen. Leo oder Lama? Okay, Leo hatte auf Lama geschossen. Und dann haben wir Leo getötet, aber Leo war innocent. So müssen wir Lama erschießen als nächstes. Ja, nein. Ups, sorry, sorry, sorry. Ich bin auf die Maustasse gekommen. Es war keine Absicht. Pisi schießt Menschen. Hallo, bleibst du bei mir? Es ist hier zu warm, ich rutsche die ganze Zeit ab. Hallo, alles? Okay, gut, das was ich tatsächlich gerne habe. Das klingt... wirklich so. Ich... ich... Ich verdrück mich von hier. Das ist mir zu riskant. Ach, wird das Karma jede Map erneuert? Ich glaub. Ja. Und sogar jede Runde. Also wenn du halt innocence tötest, sinkt es Karma. Wenn du Traitor tötest, steigt es. Genau. Und wenn du in der Runde einfach mal keinen Scheiß behaust, steigt es auch wieder. Also es gibt schon so einen Ausgleich. Ich muss diese Runde einmal aussteigen, weil ich pipi muss. Was? Ja. So was muss ich um zu mal. Oh, die Dammtoilette ist versperrt. Besser? Jetzt kann ich ja nicht pipi machen gehen. Nein. Geh auf! Jemand schießt? Ne, das war ich. Ich hab die Dammtoilette angeschossen. Ah. Der Wut. Der Wutentfall. So, äh, Kassierung. Äh, Kassier... Blablabla. Ich bin hier ganz allein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich bleib einfach mal zurückhören. Ja. Lama, du bist immer noch verletzt. Ja. Sei froh, dass du mich auf den Kopf gezielt hatte. Vielleicht ist es doch Lama. Wieso? Ich hätte mittlerweile so viele gelegt... Lama verfolgt mir denn schon eine ganze Weile. Ja. Aber jetzt schossen von Alu. Genau, richtig. Ich hätte dich schon zigmal machen können, wo du allein warst. Oh, mein Gott, das war. Du bist jetzt irgendwas mit Alu gesagt. Oh, Alu ist superhurt. Wir müssen Alu töten. Okay. Der ist da in den Raum gerannt. Da. Dann... Alter! Ich hab dir fünfmal mit der Scheiß einen 16 zurückgeschossen und mir jetzt umfallen müssen. Also, was ist jetzt passiert? Also, was ist jetzt passiert? Das ist hier nicht Babchi, ne? Hier gehen die Leute... Alu war Traitor. Achso, Alu war Traitor ist gestorben und... Wir leben jetzt noch. Ich. Es ist jetzt noch Witcher da. Ja, ich lebe auch noch. Und wir haben noch... Und Suki, äh, ja. Und Lama. Warte. Warte. Sind wir nur noch... Ne, Solka ist noch da, oder? Wir sind so viele Leute und einer davon... Also, drei. Das heißt, einer von euch drei ist Traitor. Das ist halt die letzten drei Überlebenden. Und es gibt noch einen Traitor. Boah. Oh, ich bin's nicht. Also, das ist entweder Lama oder Chaosland. Pfff, sie lacht so komisch. Ja, das ist... Solka, was denkst du? Soll wir sie exekutieren? Wenn sie ihn so doof macht. Nein, ich exekutiere jetzt das Lama, weil ich glaube, das ist das Lama... Es ist... Bestimmt. Suki war's nicht. Damit ist, äh, mal ziemlich klar, wer es jetzt ist. Ja. Ne, wieso ich? What the... Was? Nein! Nein! Hätte funktionieren können. Mann! Er hat's nicht gerallt! Wurde der Traitor wiederbelebt, oder was? Ja! Und er hat's nicht gerallt, dass er wiederbelebt wurde! Ich hab solche... Ich muss gar nicht... So? Hä? Ganz kurz! Nur wenn man auf Fässer schießt, schießt man nicht automatisch auf dich, ne? Ich wollte Fässer entschärfen und... Mann! Das hätte so gut werden können! What the fuck! Und er hat's einfach nicht gerallt! Oh... So, ich muss mir ne Waffe suchen! Ich lauf hier rum wie so ein kleines Mädchen! Hm... Ich will keine Schottgun! Ich will ne Schottgun! Ich will ne Schottgun! Flo, du bist reputable! Reputable! Aha! Reputation! Suki ist tot! Hm... Da war wohl jemand fründlich! Okay, Flo war's nicht! Hi, Solka! Ich weiß nicht! Jemand hat sich getötet! Also, Leo und ich waren's beide nicht, weil wir haben uns gegenseitig im Blick gehabt! Ich hab auch nicht... Hier, ihr seid beides Traitor! Hä? Hä? Ihr deckt euch... Na mal! Okay! Wir machen ja... Denken wir uns immer noch gegenseitig! Äh... Shit! Er war unschuldig! Oh Gott! Nein, tüttet mich nicht! Ich dachte ja, war's, weil ihr so ablenkt und... Der war hier in dem einzigen Teil, wo Leute sterben könnten! Bleib weiter von mir! Bleib bitte! Sicherheitsabstand! Alu bedrängt mich! Hä? Ich bin doch mal überlegen, weil... Ich bin doch mal überlegen, weil... Okay! Confirm! Confirm! Okay, die beiden sind's! Flo kommt's rund! Unten beim... Alu und Dings! Ja, jetzt ist... Jetzt muss ich halt wieder mein gutes... Mein... hervorragendes Aim! Find mal lo auch! Pflu sie weg! Du bist echt gesucht! Nein, du bist geschützt! Und so vem. Du bist die geist! Wenn ihn gelbe zu gingen! Oh... Au! 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 Au, 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 au. Sehr schön. Ja. Ich hab auch mal gewonnen. Ja. Mach die spät mal Runde. Ich bin schockiert. Suki ist weiter. Ja. Oh ne, keine Intervention. Juhu, Detective. Ich will auch keine Farmers. Farmers ist gar nicht so schlecht. Wohl in CSGO, äh, in CS... Ne, war es nicht so... Ich glaub Battlefield war es, wo ich mit der gar nicht so zufrieden war. Das ist nicht Battlefield. Lama hat mich geschossen, Lama schießt auf mich mit der Pappke an. Okay. Lama. Moment. Ich überprüf ihn. Er war innocent, okay. Warum hat er denn geschossen? Wer hat gesagt das auf... Detective, ich brauche ne Heilung. Danke. Kann mal einer grad herkommen, das nämlich nicht wegschießt. Wie geht das mit der Heilung? Wo seid ihr? Entweder ein Medikit kaufen oder... Oh, okay. Oh, gut. Sag mal was. Ja, okay, du warst das. Ne, das musst du gewesen sein. Was hab ich zu mir? Was hab ich zu mir? Oh. Ich bin da. War noch ne Waffe. Na. Joa! 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 Ich war bei Tekken da dachte ich echt... Du lootest... du bist im Shop oder so Du bist da hinten da ne Ruhe und shit. Ja. War nicht so. Bei dahinten da şeck. Da standen da Detective und einer noch so auf einem Punkt, da konnte ich die schön zusammen töten. WIE BENUZ fulfilling?! Ach das waren zwei schöne Trade heuteANnt! Wie benutzen man eigentlich den Scanner?! Ja. Es geht ja schon los o... OT. Wo den Karl SKRR default Nas ты L perseG yourself . Das hat Leo doch eben erklärt! Du musst irgendwie... Wenn du schnell genug bist an eine Leiche gehen, dann kannst du sie... wenn du das 친구 rettet hat. du hast ja auch nicht geschossen grad wie sie trägt aber der maske warum liegt das ich habe ein paar fässer hier oben kaputt gemacht hier unter das flugfeld wenn die nichts mehr von mir hört dann bin ich tot und hallo 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 verfolgt mich weiterhin so schlecht ist kam auch gott ich habe niemand mehr schießen 40 du kannst gar keinen mehr schießen so sieht es nicht aus da sieht man mich weiterhin er schreckt mich doch nicht so ich hätte das mal mit facecam aufnehmen sollen aber dann könntest du dich doch ausziehen da oben ist das letzte video das du auf youtube hochladen da hast du zehn gigabyte pro videodatei kannst du kannst du nehmen das wäre mal eine alternative ne ja das könnte ich echt mal überlegen aber wie sieht es mit der monetarisierung aufbauen habe aus ich glaube das geht ja okay neue standbein habe ich jetzt genau höhö standbein das ganze standbein hat wohl eher dein freund dann wink wink wer 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 ist tot habe ich jetzt nicht mitbekommen so spontan irgendeiner muss schon tot sein es ist hier überall blut ja können wir mal durch einmal durch zielen alura bist du da ja bin da aber ich habe es eine leiche ich bin da ok leo welche leiche war das und das ist ein vergleich ich weiß es nicht ich gehe weg jetzt bist du noch dazu ja alo ist die ganze zeit da mein vlo bist du noch da da explodieren irgendwelche sorgen ja ich bin da ich bin da ich bin da du hast mich doch angeschaut die ganze zeit hör auf zu ballern ist so ein visite auf mich geschossen gar nicht du warst der einzige der der nähe war da mal lügt du warst der einzige der der nähe war ja will jemand den job identifizieren dann kann es ja nur noch soli oder flo sein also ich mache was für eine eingrenzung alles die ganze zeit bei mir und erschießt mich nicht und ich gehe ich habe ich habe das hallo und ich sehe das auch ich glaube floh ist er floh der wasser ruhig ich habe die ganze sagt nichts gemacht ganzen tag ist achtung ich will ich schieße niemanden an ich tue nur auf fässer schießen damit niemand die fässer auf achtung suche hinter dir was 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 achtung ich blicke es nicht also ich habe euch eben von da oben beobachtet und gemacht ich habe dran bekommen ok ja was von von oben irgendwo also vom himmel nein ich weiß nicht von wo hallo floh floh war eben hier oben auf dem dach ich hab nur den schrotflinte und ist weiter waffe haben ich mach doch nichts was ich habe da oben aber das ist mit der schocker ein bisschen sicherheitsabstand ich habe nur die glock ohne schroth ich weiß nicht was du hast was hast du das ist die 16 ich will sicherheitsabstand ja ich schaue noch häufig dass du niemanden tötest also kann ich nicht irgend so was heilmäßiges aufhängen ja ja ganz aber jetzt angst irgendjemand vielleicht bist du schon längst auf dich geschossen wenn ich es wäre das war ich so wie muss ich denn das medikit anwenden ist das leben verfolgt mich nicht mehr es ist ja ich habe es auch gegeben da hinten ist floh wo ist da hinten ja da hinten halt da hinter dem flugzeug da da wohin gut da ok ich werde jetzt einfach nur leo ist es safe ja ok ok also ich habe eben gesehen wie hallo an leo getötet einmal identifizieren ja gut das heißt floh muss das sein ja also leo ist ein traitor ich hatte floh einfach töten soll als ich gesehen habe dass er von da oben runter kam ja gut spielt hat die granate alu getötet ja ich habe zwei c4 in der gesamten runde verwendet niemand ist dadurch gestorben ich fühle mich scheiße immer seid ihr woanders hingegangen zufällig detektiv ich hab ich hab mal versucht zu geben es ist die ganze zeit war dran vorbei es hat keiner gerallt und dann habe ich den bodyshot gegeben dann ist es sofort aufgefallen das habe ich nicht ich habe keinen schuss gehört ich habe nur gemerkt als ich schaden bekommen hatte aber du bist gefährlich ja 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 es war eine gefeiligste waffe aber ich habe dich nie getroffen immer vorbeigeschossen aber man hört ein schuss ein schuss die gehört man genau ich will keine intervention sie nimmt jetzt auch nebenbei auch nicht hätte man eigentlich hätte irgendwie alle machen sollen da hätte man so ein zusammenschnitt immer machen auch so aus jeder sicht das ausgestanden hätte das aufzunehmen ich werde ein schönes zusammen oder ein paar ich glaube wir haben genug der wirft der granaten zu mir ganz gefährlich du hast gesehen dass ich da waren das granaten reingeworfen ich schütze mich mit denen nur ich werde beschossen ein mich nicht ich das war der sache nicht ja ich das ist ein bisschen verdichtig kollege ne apokalypse ich bin schon wieder ins feier gelaufen da ist suki rette mich ich schiefe mich alle an granaten habe ich alle angeschossen wieviel ist so chaos mit schatot lama ist ruhig lama ist ruhig leo kämpft ihr denke ja weil ich sie überfallen ja vielleicht habe ich das aber eigentlich kann ich voll in deiner näher bleiben seit der traitor bist du machst ihr keinen charme also mit one shot items mit one shot items du hast nichts in der hand zeig mir dein ding oh das klingt aha 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 ich will es sein übrigens wir haben es wir steugen ne sorry wollte nur deine waffe singen okay das ist so langweilig ich gehe mal lieber ich sehe auch sehr verdächtig aus das sagst du jedes mal ach so für dich ist alles verdächtig so kann auf mich geschossen ja ja natürlich hat er auf dich nein habe ich nicht ja ich glaube solka ist echt verdächtig in der runde der hat sich bisher nicht so mit rum bekleckert moment legelass werde beschossen von alu was hat der alu mit mir ich glaube solka ist es nicht sehr schön wer war es wer war es alu und solka man ich habe auch auf solka geschossen aber ich war zu langsam wer hat er noch getötet dann wohl nicht mal kein pokémon wenn du der traitor bist dann will ich dein ding nicht mehr sehen kein traitor ding nein kein traitor ding hm 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 hm